Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück zu Microsoft TV zu einer weiteren Folge von Satisfactory zusammen mit dem Benny und dem Jade. Wo bist du? Ich habe was herausgefunden. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade bei unseren grünen Gehlande Flächen. Ich komme mal her. Was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb. Das ist ein schönes Gelb aber naja. Wo bist du? Ding. Gesehen? Da ist jetzt gelb. Was? Oh der Container? Ja. Oh. Farbsding. Hast ne Farbverson oder was? Das sieht aber schon irgendwie ein bisschen Scheiße aus. Er schießt auf mich. Was würdest du besser? Das? Ja. Mann, ich will auf sie zu flogen. Oh Mann. Oh, was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Äh, irgendwas, was ich immer getan hatte. Eww. Stimmt, ich wollte die Eidenschaften. Wenni, du schießt einmal auf mich, äh mich, ich schießt einmal auf mich. Stimmt, ich wollte Modularame erstellen, ja. Warum denn? Kein Deal, weil ich nur noch ein halbes Herz habe und ich zu essen. Oh. Ja, ist ein bisschen schlecht. Brauchst du ein bisschen was? Sehr nett. Brichst du nicht. Modularame. Ich hab nix. Dini. Ey, was passiert, wenn ich den Dingsbums färb? Was? Den, äh, Weltraumlöft. Weltraumlöft. Wollt mich. Wow. Der wird einfach direkt das ganze Ding färb sich. Ja. Ja cool, den bauen wir an. Der wird pink. Ja, nein, du bist wirklich nicht pink. Der ist schon pink. Ach, Alter. Na schön. Warte, 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 ich will eben die Zwischung davon machen. Besser. Ja. Oder wie wärs hiermit? Eww. Blau. Mach mal den MAD-Blau. Äh, gibt's glaub ich nicht. Schade. Gibt nur das Blau hier, was grad dran ist. Und das hier ist nicht wirklich blau. Und da ziehen wir aus wie schwarz. Ja. Haben sie ja auch geil aus. Ach, diese Blütenblätter. Ich hab davon über 500 im Winter. Ich hab jetzt erstmal 100. Sag mich so, hier vorne wo ich grad bin, sind allein schon wieder so 10 Blumen. Mehr. Viel mehr. Ja und eine gibt wieviel? Ein Blatt. Ich lass dir einfach mal hier durch die Gegend fahren, ey. Ich kann auch die Geländer färben. Ich seh schon. Er wird jetzt alles anmalen, was geht. Nachher so ne ganze Basis hier pink. Gute Idee. Nein, das machst du nicht. Bei 10.000 von 1.000. Ja, als ob jetzt noch meine Faktor hier pink ist. Junge. Wie haben wir sie zwei Pinkfaktoren? Ah, meine Fingertrufe. Du machst jetzt nicht alles pink, Junge. Okay. Sag mal. Aha. Also, ich könnte 1.000 Farbratonen machen. Ja, ich 400. Äh, Jay, guck dir die Fabrik an. Oh nein, ich seh es schon mit dem Spacelift dahin. Ähm. Was, 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 was? Farbpistole. Ich brauch Schrauben. Und Draht. Schrauben und Draht. Haben wir irgendwo Draht gelagert? Anscheinendlich. Ah, hier ist Draht. Ich nehme einfach mir mal 500. Äh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Beton haben wir mittlerweile schon, ne? Oh, ich seh grad uns. Äh, wir haben gar nicht in unserer alten Fabrik MK3 Bränder. Ne, ich weiß, das ist glaub ich noch als auf MK1. Äh, MK2. Alter, die ganze pinke Kram hier, ne? Ach, ich bin noch nicht fertig, noch lange los. Oh, Mann. Was sollte das? Alter, wie viel... Aber was wollen wir mit dem Turbodrad eigentlich machen, ey? Äh, damit konnte ich grad diese Sprüngstelzen bauen. Mit dem Turbodrad? Ja. Dann machen wir für alle sowas. Dann färb ich's vielleicht auch wieder um. Ey, dafür brauch ich jetzt mal drei modulare Rahmen. Nein, dann musst du nicht. Erstmal mit dem Einstand fertig haben. Ich werd das dann so ein bisschen im Offscreen laufen lassen, damit das... Wie sieht eigentlich... Oh, ich bin fast reingefallen. Wie sieht eigentlich ein Beobachtungsturm in Pink aus? Oh, nein. Hm. Würde das? Warum denn? Wo bist du überhaupt? Ach, du heiliger, was ist denn da los? Ich brauch' neue Munition. Ich hab' schon 100 verschossen. Warte, ich tue es. Ich erledige es. Das tut du nicht. Aua. Also, ich geb' mal so'n Tipp, wenn man sollte nicht jetzt unbedingt von unserem, äh, was hast du denn getan? Ich seh's mehr. Ja, schau' mal. Sektorisch ist drin. Achso. Oh, nein. So, erstmal jetzt. Jetzt werden tausend. Boah ey, da gehen die FPS ja richtig runter, Alter. Haha. Hey, guck mal, wo ich stehe. Du stehst durch sie dich nicht. Oben auf dem Lager-Tower. Achso. Achso. Da gehen die FPS ja richtig runter. Aber, geile Gelegenheit für den screenshot, wenn ich, äh, wenn ich hier runterfall bin ich denn tot? Naja, wenn du ins Grüne springst du nicht. Boah, fast abgekackt. Kann man das Grüne färben? Ne, ich hatte. So, oben auf dem Lager-Tower. Das ist doch mal ein Bild, ey. Also, frei... Also, an sich, die FPS-Drops merkst du nicht wirklich. Du merkst nur, dass die Förder werden, wenn wir so'n bisschen Stocken fahren. Übrigens, äh, falls wir irgendwas markieren wollen, ich hab' zehn Signale. Okay. So, jetzt nämlich auch diese Farbpistole. Sieht schon interessant aus, wenn man hier alles sieht, was sie so rumfährt. So, erstmal reloaden. Alter, unsere Kohle-Mine, ne? Ne, oder? Was ist denn? Alles pink. Ist die früh aufgefallen. Dazu, jetzt ist unsere Fabrik innen noch. Normal. Ja, noch. Oh, Mann. Hä? Vor allem, wie viel Kohle ist einer wiederhaben. Kohlekraftwerke eher. Ja. Und die Kohle stoppt trotzdem. Die Versorgung. Aber färbt nicht wieder alles um. 1,2. Also, eigentlich nur Rohre zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Neun Stück. 10. 10. 10. 10 ist, glaube ich. Ey, das ist ja viel Arbeit. Nicht wieder alles umfärben. Ich färb nichts um. Auch, sorry. Das hast du schon gefärbt gehabt. Ich hab's wieder. Nicht das, was du gefärbt hast. Also, ist auch ein bisschen was. Was wir hier in Energie haben. Da ist. Ich hab auch Kohle gemacht. Ah, schade. Förderbeine gehen nicht. Hier steht, liegt immer noch unsere Vergleiche. Außer, ähm, so. Das hier ist immer alles schön. Foto. Bis auf die Wende noch. Ja. Und immer noch, das ist ja eine Spur, wo wir immer noch nie irgendwas dran gebaut haben. Ey, stimmt. Dann wird unser Nutzfremium steht hier oben noch die BD benutzt haben. Das ist so gut. Ich hab nur noch Bio, äh, Bio Brennstoff. Die Generatoren, die Armen. Nein. Ja, ja, ja. Boah. Äh, also, die Sprungflächen nun sich schon da, muss man ja sagen, ne? Ja. Für andere. Was, 12. Ich hab noch 900... anzupfen ich meine es kann nach haben ja aber und jemals ja und tausend von diesem nie mein Name er hat er da ja mal ein paar bisschen viel gebaut wo war mit der ist blau weil zählt alles was ich noch nicht gewartet blau macht lauter auch wenn bald alles fest ist ich schieße schon kann ich den Hund um ein Gott mein Hund weg von meinem Hund ich denke ich da in der Kiste haben wir ein bisschen Treibstoff drin wir verfinern uns rüber ist wenn wir diese Folgen haben an der Eintracht einer macht schlimm wer was macht das Betrachtungssache der Welt so lustig wenn so lustig dass bis jetzt schon die Farben rumspacken bei mir gar nichts also hier vorne bei uns bei der Leiter da backt das ein bisschen der Komplett 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 ich auch mein Gott von oben saß grad so aus als ob den der Draht stockt warum warum stockt der Draht er hat mir auch nie das der Draht gestockt ist weil wir einfach nicht genug Stangen da reinkommen dann braucht man für Drahtstangen Nee, ich mein, der Draht wird nicht schnell genug verarbeitet damit, so. Haben wir irgendeinen Rott? Manufaktor. Nee. Warum haben wir kein Feuerrot? Was ist das denn? Weil ich pink mach. Ach, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, ich kenn das System, ja stimmt. Was denn? Äh, man kann seine eigenen Farben auch erstellen. Wie? Äh, du klickst auf eine Farbe und dann edit. Und dann kannst du dort... Okay, wir machen alles rot. Wir machen alles rot. Nee, wir machen alles immer die blau. Feuerrot. 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 Oder warte, wir können hier zwei Farben erstellen. Ja, ja. Also ich... Wir machen blau und rot. Ja, okay. So richtig, so richtig, so richtig, so richtig. Oben 0, 1, 1, okay. 0, 1, 1, 2, und unten 239, 1, 1. 200, 39, 1, 1. Somit... Erstmal alles umfärben. Oh, Mann. Oh mein Gott, ich hab nicht speichern gekriegt. Alter, was ist das denn für eine Rot, ey? Ein tolles Rot. Ein tolles Rot. Hä? Es will einfach nicht speichern. Aber das Blau passt auf jeden Fall, würd ich sagen. Select Color. So. Sieht sehr interessant aus. Muss nachladen. Ich hab keine Munition mehr, ich brauch Blumen. Hm. Ich hab noch irgendwas... Also an sich, das sieht schon sehr interessant aus, so wie ihr es jetzt gemacht habt hier. Ja, wird noch schöner. Oder einfach komplett schwarz. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Einfach so komplett black. Warte, das probier ich jetzt aus, am Spacelift. War meine Idee. Abgelehnt. Okay, Spacelift. Wird beobachtet. Was denn? Warum will es nicht? Warte mal, ich will nach oben auf die Brücke. Red Color. Warte, noch nicht machen, ne? Noch nicht machen. Okay. Ich will mir jetzt um angucken. Deswegen gehe ich hier gerade auf meine... So, jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Okay. Dunkel wie die Nacht, ey. Sieht gut aus. Ja, an sich zum Spacelift passt das wohl. Ah ja, ich sehe, das sieht echt gut aus. Hm. Ja. Bin ja gespannt, wenn er soweit ist, das abgeschickt werden kann, ne? Gucken wir jetzt nochmal nach. 0,88. Das sieht nach sowas von ewig dauern, ne? Wisst ihr es eigentlich? Vermutlich, ja. Äh, wir haben gerade mal 271 Modularrahmen, wir brauchen 500. Guck mal, jetzt ist das Spacelift dann. Äh, warte, warte, warte. Ja, ne? Ja, ne. Ne. Schwarz bleibt. Mach mal Knallgelb. Knallgelb? Gerne. Äh, gelb. Schönes, knalliges, gelb. Schön, knalliges, gelb. Bestätigen. Äh, das passt aber irgendwie nicht. Oder so ein grün einfach. Eigentlich müsste man ja die Kohlekraftwerk komplett schwarz machen. Ja. Äh, was ist das? Hier ist alles grün geworden. Aber du heiliger Kuhlörg. Hier ist alles grün, was hast du gemacht? Ich? Ja, hier ist alles grün geworden. Ach, scheiße, was ist da hinten los? Was hast du gemacht? Alles grün, alter. Lul. Wie hast du das gemacht, das will ich jetzt wissen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf einmal alles grün. Hä? Wie hab ich das denn hinbekommen? Aber sie ist viel in der Alter auch so in grün, ne? Also, guckt euch jetzt ins Weißlöffel, also das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Also in grün gefällt mir wohl. Alter, what? Sogar sind die Kohle, hä? Ja, meine ich doch, meine ich. Wie? Woll ich auch können. Woll ich auch können. Hexen, ab meiner Meinung nach. Ne, jetzt mal ernsthaft, wie? Wollte ich nicht. Mario, Trader, mach mal alles wieder so in normalen Farben. Alles wieder wie in normalen Farben. Vor allem ist es einfach nur alles grün. Wie in normalen Farben. Ja, so rot-blau. Also rot-blau, jo. Ich muss wissen, ob wir haben ja alles verändert. Hm. Warte, jetzt glaube ich weiß, wie. Hast du dein blau verändert gehabt? Dein schönes blau, hast du das verändert gehabt? In diese Farbe? Äh, ne. Warte, ansonsten hätte ich es verstanden, wie es konsumiert hätte. Okay, jetzt hast du nur in dem Lift gefärbt. Ja, der Lift ist so rot. Ja, aber die anderen Sachen hast du halt nicht gefärbt gleichzeitig, ne? Oh mein, ey. Jetzt muss man hier alles bei Handarbeit machen. Ja. So, aber diese Folge, unsere Umgestaltungsfolge, ist auch zu Ende. Das heißt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dann, sagen wir tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.